Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends mit Abos und Freunden. Hier wieder in 5 gegen 5 die gleichen Champions. Wir spielen diesmal den Darius, den Darius, den Darius, den Darius, den Darius und gewinnen gegen das Verliererteam aus Katharina, 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 Katharina. Und wir spielen zusammen mit den Herrn Blaze. Hallo. Den Steven. Hey zusammen. Den Chris. Moin. Und den Tasha. Sorry, das wusste ich bringen. Der Drama Queen. Damit er nicht wieder über Drama Master. Sich aufrengt. Es ist einfach zu spät. Ihr werdet mich morgen wieder vergessen. Nein. Ganz sicher. Du hast vorhin Dings gewählt. Wir werden dich nie wieder vergessen. Scheiße. Ich schreib's mal auf. Ich werde jetzt in jedem Video einen Platz kriegen in der Ecke. Oh nein, wir spielen von oben nach unten. Das erste Mal heute, ne? Scheiße, wir verlieren. Das ist ein schlechtes oben. Oh, mit was soll ich anfangen? Mit was fang ich an? Also am besten wär's mal, ihr skillt zumindest einen von euren Skills, ne? Ich würde sagen, easy, mate. Und dann würde ich sagen, ihr kauft auch noch etwas. Ich glaube, als erstes ein Schild, auch wenn ich nicht Tänke gehe, aber ein Tänke-Item brauche ich. Ich geh top. 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 Ich geh auch top. Und geben wir allen vier Leute top, ne? Und kriegen wir direkt mal First Blood. Du warst am Anschlag vom Ronto an. Verdammt, ich will nicht zu dem Stinkenden. Dann geh ich Mitte. Du willst nicht passen. Mitte gegen Katta wird schwierig, ne? Das ist das Recht gleich. Ja, bleibt mir denn was anderes übrig? Geil. Lass ihn einfach keiner anderen sein. Ich hab... Ich kann mich nicht bewegen. Wo bin ich? Gieste, da haben wir doch schon das. Das ist, weil du top gegangen bist. Geht wieder. Alles gut. Da kommt was. Da kommt was. Jo, Leute. Fun Fact. Wenn wir alle mit dem Darius rumlaufen, wählt der Umhang. Wenn Steve mit dem Darius rumläuft, dann wählt der Umhang, weil er nieft. Da fällt mir gerade so ein Spruch ein. Gehst du was kaufen? Geh doch kaufen. Du hast bestimmt Geld, oder? Guck, wie das aussieht, wenn man so nebeneinander steht. Der Badass. Badass. Was, du bist ein Badass? Badass, ja. Badass. Die Badass-Mauer. Kommst hier nicht durch. Ich bin ein Badass. Okay. Du bist ein Badass. Habt ihr schon den ersten Kill gemacht? Wann habt ihr das denn gemacht? Wir sind halt gut. Nee, wie du kriegst der mal gar nichts mit. Ich hab übrigens Mitte... Ah, jetzt ist er da. Report Razamun, der hat sich kein Totem-Ding geholt und so. Oh, hol ich mir gleich. Schäm dich. Aha. Aua. Tu Arsch. Oh, daneben. Welches hab ich ein Kill gekriegt. Hm. Aua. Diese Messer werden später noch wehtun. Definitiv. Hauptsache, da ging ab und zu mal Blutung drauf, dann ist alles schon gut. Wenn man es bluten kann, kann man es töten. Genau, so sieht's aus. Ich versuch's ja immer mit meinem äußeren Stück. Ich versuch's ja immer mit meinem äußeren Stück. Mit meinem äußeren Stück? Das mit deinem äußeren Stück, das klingt jetzt irgendwie komisch. Ich toleriere seine Feigheit. Ich toleriere keine Feigheit. Schade. Hätte ja funktionieren können. Was hast du als zweites geskillt? Wirklich, Steve. Wirklich. Was hast du als zweites geskillt? Geh ihm das. Bitte feedet ihn. Geh und feedet ihn. Nee. Er hat grad viel gegessen. Obwohl er noch 200 Live hatte. Ich hoffe, er nimmt das jetzt nicht an. Sollte er aber besser. Das Ranziehen ist so im Bach. Hast du wieder den Geh gekriegt? Nein, das gibt's ja auch nicht, oder? Na egal, dann bist du halt richtig hinter OP. Den gefälscht ist mir nicht. Ich komm gleich wieder. Die haben ein bisschen Damage gemacht. Zieh sie, zieh sie doch, zieh sie doch. Nee, hab ich grad nicht offen. Ach, wir haben ja noch einen drin. Ja, wie hier oben läuft hier. Hier oben läuft's. Toplane läuft immer. Ich bin jetzt mal kurz back. Ach, mach ich auch alleine fertig. Wir hätten auch schon lange haben können. Zieh sie, zieh sie, zieh sie doch. Hab ich nicht offen, Brüder? Hat ja nur 20 Sekunden. Ja eben, ich hab schon längst wieder ready. Ja, du hast es aber auch vor mir geglust. Ich hatte es aber schon mit Sicherheit 8,5 Sekunden wieder ready. Ja, geh mal Items kaufen, ist vielleicht besser. Oh, die gehen beide AP hier oben, ne? Mach keine Items. Ja, du holen sie in die anderen Buch. Wie gut, dass wir die in der Mitte Schaden machen können, aber mir geht's ja langsam das Mana aus. Oh, die eine kann schon, die eine kann schon wieder abhauen. Ich hab nicht mit der Grund grad Aparte laufen, das passt ja irgendwie. Jetzt weiß ich auch, warum wir die ganze Zeit verlieren, ne? Warum denn? Ja, immer dieses Fernsehen während dem Zocken. Nein, nein, ich hab die Musik... Ey, ich hab gar nicht geguckt, was hier passiert. Ich war am wegporten und war schon am Items kaufen. Da haut die mich einfach. Und mach keinen Schaden an mir, das ist viel schlimmer. Oh, jetzt ein zweiter Versuch. Ich brauch Mana. Echt, wofür? Och, weiß nicht, sowas nennt sich irgendwie Fähigkeit oder so. Nimm deine Spucke, das brennt auch. Ja. Also am Anfang haben die noch keine Chance gegen uns, aber ich weiß nicht, wie stark die hinterher werden. Das ist schon mal gut zu wissen, dass Top und Mitte gut fahren kann. Ja, nur ein Bot ist irgendwie... Ja, wir haben wahrscheinlich wieder das Glück mit den Besten von allen Fünf. Ja, 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 klar. Aber ich hab mein Wort-Item vergessen. Entschuldigung. Zum wieder? Ja, hol ich beim nächsten Mal. Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, weil es keinen Jungler gibt. Das ist eigentlich nicht so... Nee, nee. Ja. Nee. Bäm dich. Nee. Bäm dich. Bäm dich. Nee. Ah, geht schon klar. Da ist die gerade, guck mal. Ja, ich seh's. Ah, die hauft wieder ab. Boah, dieser Damage, ey. Oh, shit. Da war auch Blutung drauf, ob der. Damit Ulti reinspringt, wär so geil, oder? Ja. Ich würde da reinflashen, aber dann bin ich tot. Mit dem Mist. Ah, Mist. Könnt ihr eventuell hochkommen? Hätt ich jetzt mal ein Wort-Item hätte. Fuck. Ja. Mitgekriegt? Ah, mit der ist ja wieder. Wir wollen sie direkt killen, aber. Ja, klar. Ich bin gespannt, wenn sie das erste Mal Ulti probiert bei mir. Ist die andere weg, ja. Da läuft ein Freekill rum. Irgendwie traut sich sie nicht zu mir, ja. Da ist wieder Mist mit der. Okay. Fehlt auf Top nicht irgendwie ne Katharina? Ah ja, die ist grad irgendwo. Die hat schon Ulti, ne? Ach so, da ist er. Da kommt er, da kommt er. Kommst du weg? Ja, ja, alles gut. Okay. Okay. Hm. Stärke über alles. Scheiße. Die eine Katharina-Ginz hat schon'n großen, äh, großen Start. Wer? Die eine Katharina-Ginz hat schon'n großen, äh, großen Start. Unten, oder was? Seuls. Ja. Von was frag ich mich? Läuft für Zeit, würd ich sagen. Die hat keine Minions, die hat nur einen mit, wow. Und wie das ist? So, jetzt habe ich Ulti, jetzt wird es spaßig. Ach komm, ihr macht doch keinen Schein mit eurem Messer, ey. Ich habe irgendwie, heute kann ich die Tasten nicht drücken. Funktioniert nicht. Das sind jetzt noch wieder kalte Hände. Was baue ich mir eigentlich für Schuhe jetzt? Wann wächst denn hier? Wollte ich gerade sagen, da geht es super gut. Also Mercury, okay. Wie immer. Mitte ist Mist. Ja, das war jetzt nicht so prägend lobenswert. 3-5 Jungs, jetzt unten aufpassen ein bisschen. Das hätte man anders machen müssen. Ja. Definitiv, da sind wir uns einig. Wurde wir uns nicht einig? Ach, jetzt habe ich... Ich sage es nicht. Ja? Das ist schon wieder dein Ward-Item-Vergesser. Nö, 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 nö. Ich sehe es aber ganz genau. Habe ich gerade verloren. Habe ich gerade hier hingestellt. Ach so. Ja, Thomas, da laufst schön durch die Hölle. Äh, durch den Dschungel. Durch die Hölle, ja. Ja, ich habe versucht. Durch die Hölle. Das direkt dann wegziehen, wenn sie Ulti macht. Ähm, Mitte ist wieder Mist. Ne, ist wieder da. Läuft. What the fuck, das war die Falsche. Ja, gut. Das, das, ja, nee. Nee. Unten läuft nicht so. Das, das war die Falsche. Alter. Das war die Falsche. Jetzt können wir die auch gleich holen, die Kater. Das war die Falsche. Was, lass das so. Ich bekomme gleich die Kraft drauf. Ich schmeiß gleich irgendwelche Leute aus dem Fenster, die im Tiefkrieg sitzen. Mitte ist Mist. Mitte ist Mist. Fuck, Goldshake, Alter. Lieber abhauen. Und darauf, was sie kriegen, können wir nicht. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass Darius nicht mein Name ist. Nicht? Warum haben wir den dann genommen? Wo bleibst du denn? Ja, Tower is down. Mitte ist wieder da. Ist nicht so schlimm, dass der Tower down ist. Die in der Mitte used irgendwie ihre Ulti nicht. Weil es eh nicht reicht, um dich zu töten. Ich will sie lieber, um auf Lanes zu farmen. Bordest du zurück? Wow. Ich bin hier ganz kurz. Was macht ihr da unten, Bot? Mach keine Fehler. Die sind zu gefielten im Kettenstehen dagegen. Wieder 6-0. Ach, du Schande. Wie viel Nachbarn werden gleich wieder klingeln? Nein! Blute noch kaputt! Blute kaputt! Blute kaputt! Geht doch! Wenigstens ist das. So. Ich hab gehört, der Tower is auch kaputt. Wo gibt's eigentlich dieses Wort-Item, das Gelbe? Dann brauchst du nur auf All-Items gehen, das ist gleich ganz oben. Ah ja. Sprich, ich hab's jetzt. Hahaha. Äh, ich sollte vielleicht mal... Irgendwie versucht da jemand... Wir machen Blue gerade. Ich hab's jetzt hier einfach mal... Ich hab's jetzt hier einfach mal... Ihr müsst die wegziehen! Ah! Ich hab... Ich hab eh gedrückt, Alter. Ja, ja. Boah, sind die Gefilde da unten. Wow, Triple Kill, ey. Nee, gar nicht wahr. Die eine hat ein Krieger gemacht. Achso. Das ist nix gut. Scheiße, Ult, den ich nicht mehr durchbekommen. Aber 3-Mitte ist auch ein bisschen zu heftig für mich. Nur ein ganz klein wenig. Ach, nur weil die von unten so ein bisschen, ähm... Sehr stark sind. Jupp. Ja, der ist 8-0. Genau. Mein Ziel ist klar. Ich frag mich aber auch wirklich ab, woher sie auf alles was Geld hast für den großen Staat. Die hatte zu dem Zeitpunkt gerade mal 28 Millionen Eingriff. Ah ja, ich glaube, das reicht nicht. Oh. Alles gut. Macht mal eine Doppeltötung, dann geht das, dann läuft das. Na gut, zum Glück. Aber Katharina hat die gleiche Schwäche wie ich glaube. Einfach nur Leben und Magie-Resistenz kaufen. Und wenn man da hat, dann haltet das. Was? Einfach nur, lass Leben auch Magie-Resistenz? Viel Leben und Magie-Resistenz. Das ist die Schwäche wie ich glaube. Mitte ist Mist. Cut-out gut noch. Könnt hochkommen. Ne, den Blue lasse ich lieber stehen. Wir sind eh nur Futter. Ich werde nicht ruhig. Ich werde nicht ruhig. Nein, ich leh. Pass auf, Mitte, Mitte. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm mit hoch, komm mit, komm mit hoch. Nein. Sag mal, es ist ja für sich schon, dass wir hier unten besuchen haben, ne? Mhm. Warum kommst du nicht zu mir, Blaze? Keine Ahnung. Ich habe dich doch gerufen. Boah, Voltage. War wieder zu, zu, zu greedy. Ja. Aber ich habe ja gut was weggesteckt gegen die. Ihr ist schon Level 10, Mann. Was sollen wir machen? Äh, rennen. Wir rennen? Ne, ich sag nicht, ich möchte das Spiel weg. Ich sitze immer um dir davor und mach das. Arm Seele. Nein, kommt die schon wieder an. Und der Tower. Toad. Oh, ich wollte gerade flashen, aber das hat nicht geklappt mehr. Ja, stimmt. Oder ist irgendwie gut. Drei Stück Mitte, beziehungsweise zwei Mitte, eine geht wahrscheinlich nach oben. Jo, eine ist top. Vielleicht ist wenigstens der Sitz. Oh, da sind zwei Stück. Raven, pass auf, Raven. Jo, die sollen mal herkommen. Von top kommt auch noch eine, Vorsicht. Die beiden das vor. Oder die holen einen Blue. Ne, die beiden das vor. Sehe ich richtig, dass wir erst mal für sieben sind? Ne, ihr seid so richtig gut gerade. Ja. Pass auf, da. Erstmal zwei Worts da reinstellen, genau. Brauchst ihn ja nichts. Er muss zu ziehen, er muss zu ziehen. Er muss zu ziehen, er muss zu ziehen. Oh, so, oh, oh, shit. Die haben sich da auf jeden Fall gesehen. Oh, 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 shit. Der Sprung ist auch imbar, wa? Aber es sind vier Easy Kills jetzt. Mit Ulti einfach von einem auf den nächsten springen. Wenn ich Ulti hätte. Ja, das glaube ich gerade auch nicht, das war das Problem. Helf 22, das geht sehr gut los. Jetzt haben wir schon ein Champion, der was aushältet hat. Ich weiß nicht. Ah, ey. Ich bin jetzt eh alle weggegangen. Und mein Cutter ist auch hart. Die können wir aber unterbrechen, das ist ja kein Problem. Einfach rausziehen, dann ist das unterbrochen. Oh, ich habe ja was gefunden. Oder mich hat was gefunden. Ja. Ach komm, der Tower ist doch tot, wenn man hier einmal draufhaut. Geht doch. Das sind vier Stück von denen hier. Oh, da ist einer. Guck mal. Hallo. Hab hier jetzt. Ähm. Fuck. Alter, was ist der Ende? Ihr müsst die Ulti unterbrechen. Ich hatte schon gezogen. Ich konnte nicht mehr. Ich habe auch gezogen. Es ist nicht mehr die Ulti, es ist einfach der allgemeine Damage von denen. Von der einen, meinst du? Ja, die holen sich aber auch alle Voids, Stefan. Du kannst ja so Resistenz holen, wie du für denkst. Ich toleriere keine Feigheit. Ich vereinzelt. Ach, ja. Dieser Modus kostet mich langsam an hier. Bisschen, ja. Am Anfang fand ich es ja noch witzig gegen 5 Temos und so und dann, baaah. Da kommt was und tötet es doch. Es ist dem hierher, Hilfe. Es ist der hierher. Ah. Die Familie, die W-H-Minus ist kein W-H-Minus. Das ist der hier, Hilfe. Die W-H-Minus ist kein W-H-Minus. Die W-H-Minus sind kein W-H-Minus. Sie müssen nur in Richtung Moment ziehen. Wenn die Ulti machen, ziehen. fertig. Aber nicht alle gleichzeitig am besten. Drei gegen... Drei für zwei, es war doch in Ordnung. Boah, Level 9. Wie stark hat der Blaze auch Angst. Renn Blaze, renn. Wird dann doch ein bisschen zu heiß. Wenn ihr ein Wort über habt, unseren Rage wäre ganz cool wenn wir ihn machen. Ähm, ich muss kurz einkaufen. Bleib wachsam. Weiß nicht wo die grad sind. Nicht? Ne, weiß ich nicht. Wisst ihr? Unten ist Aya. Mein Ziel ist klar. Unerreichte Macht. Hier in der Mitte ist so ein bisschen was. Unkraut. Ich habe meine Befehle. Geht fast dran drauf. Hallöchen. Alles geflasht. Ich toleriere keine Feigheit. Komm doch her jetzt. Sind alle fünf wieder da. Vorsicht. Gut. Wow. Multi-Ultizier. Wurde. Keine zurück. Ja. Der Schaf. Wurde. So hart. Noxus gehört sich erheben. Hm. Verteidigen wir übrigens den Base Tower. Der andere ist sowieso schon weg. Noch nicht ganz, aber... So gut wie. So gut wie. Mach keine Fehler. Oh Darius. Wo ist denn Darius? Das war ne Handleger. Wie würde man im normalen Game wieder sagen, Fokus doch endlich Cut. Machen wir doch. Poco doch den AP. Geht doch. Hat mein Flash dich doch gelohnt. Ich hab auch. Guck dir. Bitte. Wir kommen zum Dragon hoch. Hier geblieben. Oh das ist die andere. Wow. Ja. Das ist sie so. Die gefühlte Rolle. Blut raus. Ich bin tot. Ne sie ist tot. Nein. Ne. Er pusht den Top gerade von uns. Ah ok. Chris ok. So kann man natürlich auch. Ja. Sonst wird das ja nichts. Du bist tot, du bist tot. Wunder. Das. Bleib wachsam. Hm. Hm 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 hm. Kein zurück. Aber die reisen jetzt um den Tower ein. Ja, da können wir jetzt nicht viel machen. Ist da oben die gute bei? Ne, die sind beide schlecht. Oh, das ist schlecht. Ah, das sind die Hutten. Oh, oh, shit. Ich bin sowas von tot. Ja. Tja. Müssen wir Baron Warden, wenn einer ein Ward von euch hat. Ich hab. Oh, ich auch. Ich auch. Du hast die Sherpa gekauft und Schleier. Blaze? Ja, wie gesagt, Tinky Bild, ne? Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Oh. Stärke über alles. Blaze muss nur tanken. Alle anderen müssen dahinter bleiben. Und tot. Oh, das stehen die da, echt. Ich habe meine Befehle. Die sind alle da, ne? Ihr seid... Rennt so schnell, wie ihr könnt. Zieh sie dir, zieh sie. Verrückt. Tiddy. So, erst mal weg. Äh, 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 ähm. So, die nächste Ulti ist raus. Ich renne hier oben längs, ich komme hier entlegen. Oh, ich bin schon am Tower. Der Gegner hat einen Torn zerstört. Bitte? Ein Gegner wurde getötet. Ich habe meine Befehle. Halte. Was für ein Tag. Ja, da haben wir erst zwei aus dem Team 15 Kills. Ja, dann ist ja easy. Ja, Minions, go! Da kam einer auf mich zu. Wolltet ihr den mit dir spielen? Ich, äh, habe keine Ahnung. Ich befürchte. Der hätte wohl nicht, äh, leiden können, dass ich zwei Tower von der Platt gemacht habe. Unten, Bot, sind zwei, dann sind die anderen auch bestimmt da. Den Tower hier, den kann ich nicht lange halten, er hätte nämlich kein Leben mehr. Eile. Hey, den Tower kann ich hier, der ist schon weg. Hm, die haben wir hier gewordet. Ne, die kommen einfach nur so. Hm, einfach nur so. Die haben wir nicht so sicher. Nope. Die sind hier noch im Busch, die sind hier noch hier. Hm, okay, weggegangen. Mach keine Fehler. Na, geil. Das ist zu viel Damage. Also, ich würde sagen, die Bot-Lane ist schuld. Auf jeden Fall. Wir brauchen in jeder Runde. Ganz, ganz klar. Wir entschuldigen. Naja, das war schon ein sehr gefieles da unten. Hab ich doch gesagt, ganz klar. Ja. Ach, woher? Aber noch ist es nichts verloren hier. Sechs Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei. Rennt mal runter, macht die alte fertig. Macht die alte fertig. Ah, ich zeig euch, wie das geht. Ganz easy. Ja, so easy. Jetzt springt die auch noch weg. Ist die bescheuert? Ja, weil sie es kann. Ich zieh die jetzt hier durch die Wand. Nö. Nee, geht nicht. Ist zu weit. Dario, safe now. Dragon machen, oder? Dragon Master, komm. Das Böde ist halt ihre Kombination von Durchdrehen und Sonnyards und Dings, ne? Ja, dieses Magiekerl. Oh. Wie sie denken. Da geh ich denn shit. Warum nicht? Weil das drei ist oder vier? Wir sind vier, wir sind vier, komm jetzt. Achso, auf der anderen Seite. Ah, da muss ich schon gucken. Oh, keine Angst. Halt, jump. Mist. Okay, auf Flash. Ich hab nicht drauf gejumpt. Was ist denn damit immer jetzt pushen, dann? Ich habe meine Befehle. Jetzt killt sie wenigstens. Nee, keine Chance. Auch der nicht, nee. Das ist der, auch einer der Gefiederten mit 21. Die andere habe ich gekillt, da war die andere. Oh, Deadfire Grasp. Aber sonst geht's halt gut, ja. Ja, mit den Kills kommt. Die eine hat euch nur gelockt. Sie ist tot. 23 und 16. Dann sind nur zwei, die Kills machen. Die Rest machen keine Kills. Das reicht aber. Ja, leider. Die lockt euch schon wieder. Denk dran. Interessiert mich nicht. Na, komm her. Ja, aber wenn... Alter. Alter. Ich kann nichts machen, wenn die an die reinkommen. Bin ich tot. Wie viele Ultis denn noch? Sah aber gut aus. Ulti, zack, hält er aus. Ulti, zack, hält er aus. Ulti, zack, hält er aus. Ulti, zack, tot. Na gut, die eine hat viel gejusst. Yo. Ich kann gerade nicht mehr lachen. Ich kann nicht mehr lachen. Ich auch. Guckst du an, dann springt die Reihe und bam, tot. Ich muss erst mal in die Base wieder. Tut mir leid. Ich kann nichts machen hier. Mein Sunfire hat es übrigens gekillt. Das war nicht ich. Das wäre sonst zu einfach. Wie hart ist das denn? Wir kriegen diese Kussiosli nur gekillt, wenn ich nachdem sie achten uns gekillt habe. Ja, läuft, ne? Definitiv, ey. Ja, weißt du, es gibt halt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Ja, genau. Heute ist mir so ein Tag. Ich weiß, von welcher? Erstes und Zweiteres. Macht das einen Unterschied? Ist das ein Unterschied? Ja, ich will lieber, dass die anderen gewinnen, anstatt dass ich verliere. Ach so. Ist mir irgendwie lieber. Verstehe ich schon. Oh, du hast da oben was gefunden. Kill das doch mal. Boah, ich bin doch auch ein bisschen angemüdet. Weiche Ei. Also ernsthaft jetzt. Wenn ich leicht angemüdet bin, dann spiele ich automatisch. Man musste, man musste denn heute aufstehen. Ja, siehst du, wir müssen um kurz vor sechs aufstehen, um fünf oder so. Ah, okay. Um sechs, ja. Die restlichen vier sind zusammen, das ist ganz schlecht für uns. Auch da, ich bin auch da, auch wenn ich sterbe wie eine Fliege. Ich bleib hier stehen, lass Space da unten fahren. Wenn die nicht wissen, wo wir sind, dann können sie nix machen. Oh, Drama ist das tot. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Space, drehe ich um. Danke. Scheiße. Ich mach immer irgendwelche Cs auf. Aber es war jetzt nicht ganz so schlecht. Und wir haben drei gekriegt. Und Raven macht sicher aus dem Staub. Nur die beiden starken, ich mit 26 und 21 Kills. Ich weiß. Wir haben schon wieder Ulti-Wertig, pass auf. Ein bisschen was halte ich mittlerweile aus. Ja, und wie brichst du die zweite Ulti ab? Das ist halt ja auch total schnell wieder Ulti, ne? Da kannst du nix machen. Also wie viel? So langsam hättest du schon mal einen Kill auf gut Glück machen können. Das war die Killer-Ulti. Oh, Mann. Das geht mir einfach so gut. Mit First Blood und Second First Blood. Also Second First Blood? Second First. Das ist ne neue Kreation von dir? Ja. Wenn First Blood nicht mehr reicht, dann brauchen wir ein Second First Blood. Wir holen uns top. Ach, Moment. Ich komm was kaufen. Dann suche ich hier die nicht. Ah, hinter uns, hinter uns sind die noch. Die sind schlau. Oh, Voltage ist jetzt tot. Die beiden hatten ein halbes Leben und haben uns alle drei gekillt. What the fuck? Oh, 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 oh. Rennen, Blaze, rennen. Ne, ne, ne. Ne, ne. Na, na. Also was sind das denn für welche? Das ist Virus und Don Dings da, ne? Ach komm, die machst du beide fertig. Die haben drei und fünf Kills. Pff. Ja. Wir haben Angst. Aber wer verteidigt unsere Base? Cloud? Was machst du? Cloud, der Tower, der Tower, der Tower! Der Tower! Der Tower! Der Tower! Oh Mann. Ja, das schaffst du nicht. Schaffst du auch noch, oder? Noch ein Q, ein Q noch! Schön. Jetzt weg da, bevor du links kommt. Jetzt hat er ne Ulti weniger. Ich hab die Ulti gerade zweimal gejustet. Von daher, passt alles. Da kannst du ganz oft use'n. Jetzt hast du cooldown. Ja, die paar Sekunden hier. Er kommt an Minions, Adermunde. Ähm. Bats. Bitte? Zurück. Oh. Ich bin der Einzige, der hier Minions haben darf. Aber, ob, 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 ne? Aber, 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 aber. Ihr seid schuld, dass wir hier verlieren. Also Ruhe. Genau. Schnauze! Schnauze! Das Spiel ist ja vorbei, wenn ich die ganze Kampel nicht verstanden habe. Oh, das ist kein Julio. Oh. Die versammeln sich schon wieder in der Mitte, ne? Seht ihr? Also ich hab jetzt 233 Magical Assist, ne? Also, ein bisschen was müsste da jetzt schon weggehen. Also ich hab 172. Da ist Voltage. Zieh sie, zieh sie, zieh sie! Genau. Weiterziehen, weiterziehen! Boah, Alter! Egal, sie ist tot. Alles ist gut. Alles ist gut? Ich weiß ja nicht, ob sie drei Leute spielen. Aber das ist nicht nach alles gut. Da, Blaze, mach die alle fertig, guck mal. Boah, die haben ja noch alle Sonias, äh, Quatsch. Hier, diese scheiß Dings, ne? Ja, fokust mich, fokust mich, ihr Schweine! Aber ihr Virus geht noch und die beiden sind doch angeschlagen. Ja, und? Pff, ich halt immer noch ein bisschen was aus. Ja, wir hätten vielleicht alle so bauen sollen. Ja, hätten wir. Wir können immer noch bauen. Ja, wir haben Zeit, ne? Ich glaube, ich gehe auch mal kurz back. Sicher ist sicher. Oh ja, die kommen gleich alle wieder. Will ich jetzt die Frage, hole ich mir noch einen Frosthammer? Die ist ja schon wieder hier. Oh ne. Ja, die ist schon wieder da. Ach du tritt, der hatte auch keine Chance, dann muss das, wenn wir so immer ziehen. Du hast blazed, oder? Ne, das ist der einzige, der aufregt. Hol dir mal, hol dir mal, hol dir mal, das hier schlumpf von Malmortis. Ja, wie heißt das auf Englisch? In deinem Leben. Guck einfach bei mir, das ist dieses lila Schwert. Oder bei mir, Malmortis. Ach da. Du bist tot, wenn sie reinspringen, ne? Ich hoffe. Du und ich sind hier die Feeder und gleichzeitig Level 16. Wow. So, ich bin auch gleich wieder da. Heitet nicht ohne mich. Komm zurück, geh mit zurück raus, raus da hier raus. Wir sind gleich in den Zwischendrehen und dann... Du bist tot. Ich komme dir zurück, ich denke... Oh, war da auch nur ein bisschen. Ich komme über Baron. Kommt obenrum, kommt obenrum, kommt obenrum, kommt obenrum, kommt obenrum, kommt obenrum. Da ist Voltage, Voltage. Warum kämpfen wir ohne Blaze? Boah, ich bin... Ne, die andere hat auch so viel Schaden. Warum seid ihr nicht weggegangen? Warum? Jetzt haben wir verloren dadurch. Ah! Blaze, warum? Was? Haben die das gemacht? Warum haben die das gemacht? Ich war zu langsam. Ich habe zu lange geshoppt. Ja, das kann sein. Shopping Queen. Aber Miphi ist ja gleich wieder da. Ja, was soll er denn machen? Töten. Sind nur die zwei Gefiederten, die gerade da sind. Nur. Ich hoffe, das hat sie erledigt. Miphi, renn rein! Ne, die warten jetzt noch. Ich will nochmal alle killen. Du, die creeps noch und wir weg, 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 weg. Du musst raus! Ja. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Mach schon, Blaze. Hm. Hm. Hm, hm. Egal, noch ist das Spiel nicht zu Ende. Ha, 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 ha. Voltage ist tot, alles ist gut. Äh, äh. Ich spiel mich jetzt seit, äh, 42 Minuten das selbe Spiel, oder? Ne, ne, wir spielen das Spiel nicht. Das letzte Game dauert immer länger. Irgendwie schon. Wir hätten da nicht zu versagen sollen, wir machen noch eins. Dann wäre es nicht das letzte gewesen, und... Hallöchen! Ich will mich ja nicht beschweren. Ich will mich ja echt nicht beschweren, oder so, aber die sind ein bisschen gefeated. Und wer ist schuld? Ihr. Ja, ich will. Ruther, was machst du da? Gegner töten. Achso. Dann ist alles gut. Ja, das war diese Don irgendwas hier, du keine Schuld. Ja, aber lauf bitte nicht so weit vor, bis wir komplett sind. Ich frag mich so das. Gerade hast du noch geschimpft hier. Guck mal, diese Don, ne, hat eigentlich kaum andere Einsätze hier als Josli oder Voltage. Und ich frag mich schon, ob die beiden einfach so viel Damage machen. Also so viel mehr. Die machen nicht mehr Damage, sondern die anderen können halt besser fliegen. Äh, die hocken übrigens hier im Busch drin. Ja. Kommt das nicht. Schick Blaze, lass doch Blaze vorgehen! Der ist kein Mensch. Stärke über alles. Ups. Hallo, Jungs, kommt mal mit. Immer hinterm Tank herrennen, was macht ihr denn? Als lieb das erste Mal spielen. Mhm. Ja, ist aber ein Block-Pro. Ja, ja, ist nur, genau. Deswegen hat's das ja. Ich hau dir eine rein! Weggehen, 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 weggehen. Dann kommt die anderen gleich. Lass dich, ist egal. Einfach weggehen. Hauptsache, sie hat die Jäine, ne? Genau. Er kommt her. Komm, 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 komm. Ja, geil. Joa. 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 Wah. Läuft! Joa. 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 Ja. Do~? Joa. 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 Woa, soll ich jetzt sterben oder nicht? Boa, nein. Boa. Joa. 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 Ja, wir gehen weg, komm, wir gehen weg, wir gehen alle weg. Ob uns das jetzt viel bringt, weiß ich noch nicht, aber... Ich komme, ich komme, ich komme! Oh, das war schlecht. Warum hält ihr hier bloß? 5300 Gold, ich kann jetzt ein Tankbild machen. Ich will wirklich nichts sagen, aber es hat ziemlich geil, als wir da so in Sekundentakt einfach umgefallen sind. Wenn wir etwas können, dann das. Was verkaufe ich denn von meinen Items? Was kann ich denn mal in... Nicht sterben jetzt? Ich habe Dings abgekriegt. Es dauern noch 30 Sekunden, bis wir beide wiederkommen. Ich glaube, so lange halte ich mich nicht aus. Die gehen jetzt auch nochmal sicher, die werden jetzt einfach das Ding machen. Ja, da kann ich nichts machen, ja. Nicht mal mit meinem Feld. Ja. Egal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü